Hey ho, ich wollte bloß mal kurz ankündigen, dass demnächst wieder Streams kommen, weil jetzt sind ja momentan nicht wirklich Streams gekommen in letzter Zeit, also ist ja schon eine Weile her. Und was noch kommen wird, sind Tutorials, Tipps und Tricks und ein paar Guides zu dem Spiel Vigor, was vor kurzem rausgekommen ist, von den Entwicklern Bohemia Interactive. Und ja, da wird einiges drin sein von Mechaniken, die ich euch dann zeige, die man anwenden kann, was man besser nicht machen sollte. Und ja, dann zeige ich auch noch ein paar kleine Tipps zu dem Haus und zu der Menüführung, wo ja scheinbar sehr viele noch irgendwie Fragen offen haben. Ich habe nämlich in letzter Zeit einfach mal geguckt auf YouTube, wer streamt in das Spiel, wer spielt in das Aktiv. Und da ist mir schon aufgefallen, einige hatten da doch schon ein paar kleine Problemchen, die haben das Tutorial durchgespielt, aber verstanden haben sie trotzdem noch nicht allzu viel. So habe ich dann einigen Leuten schon was erklärt gehabt und ja, das wird dann auch in den nächsten Videos zu sein, dass ich dann nicht jeden extra alles nochmal erklären muss, sondern da könnt ihr euch einfach das Video angucken. Ich werde das auch so ausführlich wie möglich zusammenfassen und dann schauen wir auch mal, wie das Ganze bei euch ankommt. Könnt ihr gerne mal ein Feedback in die Kommentare geben, solltet ihr Fragen zum Spiel Vigor haben, könnt ihr die natürlich auch gerne in den Kommentaren reinschreiben oder ansonsten würde ich auf meinem Discord hinweisen, der ist einmal hier eingeblendet. Und dann könnt ihr auch noch in die Beschreibung gucken, da steht er auch nochmal. Dann könnt ihr dann einfach aufklicken auf den Link, könnt ihr dann mal im Discord beitreten. Könnt ihr euch mit der Community da austauschen, da sind schon einige Leute drinne und da erhaltet ihr auch ab und zu mal ein paar neue Infos, auch zu Backgroundsachen, wenn zum Beispiel wichtige Updates kommen. Auch wird im Discord einiges einfach so rausgegeben, sag ich mal kurz für Spiele, weil jetzt Weihnachtszeit und so und da muss ja erstmal was reinkommen. So, was gibt's noch? Achso, ja, ähm, übrigens gibt's auch ein Giff of Reads in den Streams, wo ab und zu einfach mal ein paar Spiele oder Ingame-Items, äh, rausgedroppt werden. Und im Discord findet ihr sowieso jede Woche kommt da irgendwas Neues rein. Ja, gibt's noch irgendwas? Ähm, ja, achso, und, äh, am Ende des Jahres kommt natürlich wieder das größte Video. So, haut rein, viel Spaß.